hey leute und willkommen zum wandervlog part 2 der mysteriöse weg wir waren dann part 1 schon hier wandern und dann sind wir halt die stiegen hier rauf gegangen und jetzt hier die mysteriöse weg wo wir nicht wissen wo der hinführt wir sind den auch noch nie gegangen und ja wir sind vorbeigegangen schauen wir doch mal rein das sieht ja interessant aus und dann ist er mal vorgegangen hat er gesagt na dann geht es weiter okay und jetzt habe ich mir halt gedacht okay das finde ich jetzt spannend und jetzt der start zu dem part 2 okay also die weg führt nach oben okay komisch bin ich nur weg noch nie in meinem ganzen leben gegangen ja da sagt ganz wenig steil da sind wir gegangen okay da geht er weiter ich weiß nicht wie weit der weg geht ich fühle mir jetzt mal so von der seite ist cool aus ich weiß jetzt nicht wurde hinführt wie weiter noch geht wenn die weg ins nichts führt dann gehen wir alles wieder zurück und wir hätten auch geplant wieder alles zurück zu gehen weil wir so würde so dann irgendwo jeder geht da weiter der weg dass das jetzt will er wieder mal den sieger spielen also keine ahnung wo der weg hin führt der für weiß ob das überhaupt ein weg ist das ist jeder geht nie wieder getrampelt zieht das jetzt auch nicht aus dass der weg hört hier auf das ist ich habe doch gesagt dafür irgendwie ins nichts ja da drüben ist der zaun ist so mal näher ran bisschen sieht man jetzt nicht weil das schon es ist so ein dünner drahtzaun das sieht man halt nicht das ist ja okay wir haben zwar an der stiefen an guten profil und so aber trotzdem was leute die nicht wissen was ein profil ist das ist das was unten auf der fuß solle ist zeige ich das am besten was ein profil nochmal zur demonstration für alle die nicht wissen was ein profil ist ja dass die zahlen kommen da drüben nicht geschätzt sehen weil das ist ein dünner draht soll metall drahten ja dünne auch nicht das kann man jetzt nicht so gut sehen wenn ich daran so wir müssen wir näher rangehen ja das auch gut ja man sieht warum gehst du da runter du weißt es ist gar schick da liegt schnee ist es rutschen ich habe schon vorhin gesagt das ist käse und du gehst aber trotzdem bis meine freunde für alle leute die es bis daher gesehen haben schreibt hashtag und rein ich würde nicht noch weiter runter gehen du machst es nur schlimmer bum 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 und liegt ja genau das ist das sollte so überleben dein kommentar letztens war beim im pizza essen ich überlebe auch ohne essen 24 stunden das heißt wenn die feuerwehr mal herfahren muss und ich auf die muss ja man kann sogar noch also für alle die das video da vorhin hierher geschaut haben schreiben in die kommentare herrsch der konto lassen wir das mit dem anderen blöden geräusche mache da ja okay aber wie das ist ich noch weiter da ist die eigentlich recht cool aus wenn man da nach oben hingeht da unten das ist dann eigentlich auch kein weg genauso wieder oben ja ja da wird sich schon das war am anfang interessanten seine interesse für fünf minuten sie auch schon direkt wo wir gehen den ganzen weg wieder zurück ja nichts besonderes dieser weg hier hat ins nichts geführt nur zu einem abgrund wo er ja genau der baum wo er die figur mpc computer wo er da abgerutscht ist das ist hinter diesem bügel bugle ja eigentlich nichts besonderes dieser mysteriöse weg der eigentlich ins nichts geführt hat das ja jetzt sind wir da gleich wieder bei den stiegen ich muss aufpassen dass da nicht ausrutscht ansonsten könnte ich die euro da hinlaufen ja da sind da wieder richtigen und schon dass das bild nicht so verwackelt da wir sind wieder beim festen weg dann stiegen angekommen ich würde sagen war es das mit diesem weiteren plug lasst ein like da unten kostenloses abo wir sehen uns im nächsten video ich ich Bis zum nächsten Mal.